Mit The Power of the Dog erwartet uns ab dem 1. Dezember ein neuer Film auf Netflix, der allein atmosphärisch gar nicht so sehr in die Weihnachtszeit passt, die dort startet, denn der Film ist ein Western-Drama von Regisseurin Jane Champion, die beispielsweise den Film Das Piano Anfang der 90er gemacht hat. Vor allem ist das ein Film, der in den internationalen Reviews unheimlich gute Bewertungen bekommen hat, also unheimlich gute, ein Film, der sich nicht nur deutliche Hoffnungen auf die Oscars machen sollte, sondern der auch insgesamt von vielen Leuten, wo ich auch gerne mal Reviews gucke, somit als einer der besten Filme des Jahres betitelt wurde. Und ja, tatsächlich, dieser Film ist zwar für mich persönlich nicht unbedingt der beste Film des Jahres oder so, aber auf jeden Fall ein unheimlich spannendes Projekt und endlich mal wieder ein richtig guter Film auf Netflix. The Power of the Dog spielt im Jahr 1925 in Montana, in einer Zeit, in der es zwar durchaus schon fahrende Autos, Züge und elektrischen Strom und so natürlich gibt, aber wo gerade auf der ländlichen Seite Amerikas die Leute eher noch so ein bisschen wie Ende des 19. Jahrhunderts leben. Und es geht um zwei Brüder, Phil und George Burbank, die sich gemeinsam um den Erhalt einer Ranch kümmern. Beide sind aus gutem Hause und haben deshalb relativ viel Geld, sind vom Typ aber total unterschiedlich. George, gespielt von Jesse Plemons, ist mehr ein zurückhaltender und sensibler Typ, während Phil, gespielt von Benedict Cumberbatch, ein sehr harter, aggressiver Typ, ist mehr so der Anführer. Und George lernt eine Frau kennen, gespielt von Kirsten Dunst, die auch einen sehr, sehr, sehr sensiblen Sohn hat. Er heiratet sie und dies stößt bei seinem Bruder Phil aber auf absolut keine Gegenliebe, woraufhin Phil sich auf die Fahne schreibt, Sohn und neue Frau von seinem Bruder zu vergraulen. Mir fällt es tatsächlich relativ schwer, The Power of the Dog komplett allen Leuten zu empfehlen. Gerade nach einem Film wie zum Beispiel Red Notice, den ich persönlich nicht so gern mochte, weil er mir einfach zu formelhaft irgendwie war in seiner ganzen Darstellung, der bei vielen anderen Leuten gefallen hat, was ja vollkommen okay ist, ist Power of the Dog ein kompletter Gegenentwurf eigentlich. Ein sehr, sehr, sehr ruhiger, kontemplativer Film. Sehr unangenehmer Film tatsächlich auch, der es den Zuschauern nicht unbedingt sehr einfach macht, in die Welt einzutauchen und vor allem die Figuren richtig zu verstehen. Das hier ist ein Film, wo die Figuren sehr, sehr wenig miteinander wirklich reden. Das ist ein Film der Gesten, der Blicke und ich würde mal sagen, so im Prinzip der impliziten Dialoge. Ein Film, der Konfrontation beispielsweise nicht darüber darstellt, dass zwei Figuren sich in einem Raum die ganze Zeit anbrüllen und sauer aufeinander sind, sondern dass vielleicht einfach mal eine sehr unangenehme Stille oder ein sehr, sehr, sehr vielsagender Blick eher ausdrückt für die Zuschauer, was hier eigentlich gerade vorgeht. Und das verlangt von den Leuten, die sich den Film angucken, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und den Willen, sich zwei Stunden lang voll und ganz auf diesen Film zu konzentrieren. Damit will ich nicht sagen, dass die Personen, die das nicht machen und den Film deswegen nicht mögen, irgendwie doof oder sowas sind. Das würde ich eh nie machen. Jeder und jede guckt Filme anders und setzt andere Ansprüche dran. Das ist nur mein Hinweis. Wenn ihr euch Power of the Dog anschauen wollt, dann müsst ihr dem Ganzen auch ein gewisses Commitment entgegenbringen, eine gewisse, ich sag mal fast Ernsthaftigkeit und euch darauf einlassen, weil sonst, glaube ich, wird euch dieser Film nicht gefallen. Wenn man sich aber darauf einlässt und darauf auch Lust hat, irgendwie wird man mit einem sehr, sehr, sehr gut inszenierten und vor allem gut gespielten Film belohnt. Wie ich ja schon auch in der Beschreibung des Plots gesagt habe, geht es hier um einen Mann, Phil, gespielt von Benedict Cumberbatch, der ja im Prinzip hier so, ich sag mal, der größte Star irgendwie ist, den dieser Film mitbringt, der sehr aggressiv ist und der seinem Bruder die gesamte Ehe mit Kirsten Dunst mal eben auch komplett missgönnt und dann halt auch ziemlich fiese Spielchen treibt. Das führt dann dazu, dass unsere Hauptfigur halt letztendlich ein Arschloch ist und man sich in denen jetzt nicht unbedingt groß einfühlen kann. Allein das ist eine Barriere, die der Film setzt den Zuschauern gegenüber, die man überwinden muss oder mit der man mitgehen muss, sag ich mal. Benedict Cumberbatch liebfert hier eine grandiose Performance ab. Nicht nur habe ich ihm seinen Akzent abgenommen, sondern er ist mal wieder als eine ganz andere Figur zu sehen als in vielen anderen Filmen. Sei es jetzt Doctor Strange, aber auch in anderen Filmen, wo er in letzter Zeit oft zu sehen war, war er zwar, ich meine mal Sherlock zum Beispiel als Beispiel, da ist er auch irgendwie ein Arsch und so weiter, aber er ist der charismatische Arsch, er ist der Protagonist und so weiter. In diesem Film ist er ein furchtbares Arschloch in den meisten Szenen, ein wirklich hassenswerter Mensch, aber der einen Grund hat dafür, der zumindest irgendwo, und das lernt man in diesem Film ansatzweise, auch eine tiefliegende Emotion sitzen hat und das bringt Cumberbatch ganz toll rüber. Jesse Plemons spielt ebenfalls gut, bei ihm habe ich das Gefühl, er wird in letzter Zeit oft in sehr ähnlichen Rollen gecastet, als dieser zurückhaltende, schüchterne Typ, zum Beispiel in I'm Thinking of Ending Things war das genauso, aber er macht das sehr gut und auch Kirsten Dunst spielt hier richtig, richtig stark. Man sieht sie relativ selten, aber immer, wenn sie in letzter Zeit mir so unter die Augen gekommen ist in Filmen, gerade in dramatischen Rollen, top. Jetzt habe ich ja ebenfalls schon gesagt, dass dieser Film eher mit Gestik und Mimik spielt und weniger mit, ich sag mal, Dialog und Exposition. Es wird schon gesprochen, aber die Figuren, weil sie eine dysfunktionale Familie sind im Großen und Ganzen, sprechen nie darüber, was sie wirklich wollen oder begehren oder denken, sondern sie verlieren sich in Oberflächlichkeiten, aber darunter brodelt sehr, sehr viel. Der Film erklärt uns als Zuschauern aber nie komplett, wo diese Dinge herkommen. Gerade Benedict Cumberbatches Figur wird hier zwar ergründet in einer gewissen Form, aber das wird alles, was ihn bewegt, wird nur angedeutet. Hier liegt unheimlich der Fokus drauf, uns Zuschauern nicht alles an die Hand zu geben und zu erklären. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die zu Recht auch sagen, hey, was soll das? Jetzt ist der Film vorbei, was soll ich damit jetzt anfangen irgendwie? Also auch das ist eine weitere Hürde, die der Film einem gibt, irgendwie da reinzukommen, die es aber auch sehr, sehr spannend macht. Also wenn dann immer wieder Szenen vorkommen, die so ein paar Hinweise darauf geben, was eigentlich in den Figuren vorgeht, dann fand ich das spannend und ich habe auch angefangen, mir selbst Dinge zusammenzureimen. Aber das braucht dieser Film, dass man sich selbst die Dinge auch irgendwo zusammenreibt und zu einer eigenen Interpretation gerät. Gerade zum Beispiel das Ende lässt relativ viele Fragen offen, aber die können, wenn man sich den Film zum Beispiel mit jemandem anschaut, zu sehr spannenden Diskussionen führen. Da ist viel Substanz vorhanden, würde ich auf jeden Fall sagen. Tatsächlich sehr interessant ist der Soundtrack, der hier auch sehr absichtlich sehr schwierig gehalten ist. Also es ist schon ein westerntypischer Soundtrack irgendwo, auch mit Geige und so weiter. Der ist aber in meinen Augen absichtlich disharmonisch. Also in vielen Szenen passt der Soundtrack nicht in meinen Augen zu dem, was gezeigt wird. Das ist aber kein Fehler, das ist ganz offensichtlich Intention. Es gibt hier teilweise Szenen, die eigentlich so vom Gefilmten ganz harmonisch oder in Ordnung sind. Die Musik aber suggeriert dir durch einen sehr unheimlichen, fast unangenehmen Track irgendwie, dass die ganze Zeit irgendwas nicht stimmt. Und das passt ja auch zu der Geschichte in diesem Film, bei dieser Familie, bei diesen Menschen. Stimmt die ganze Zeit was nicht. Es ist eigentlich die ganze Zeit unangenehm. Und das vermittelt dieser Soundtrack dir auch die ganze Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurde das gegen Ende ein bisschen zu viel. Also es gab am Ende Szenen, wo der Soundtrack so vordergründig war, dass er mich aktiv genervt hat. Ich weiß, das soll so sein. Und ich glaube, wenn es funktioniert, dann ist das auch eine ganz tolle Ergänzung. Ich muss aber sagen, eines der Dinge, die mich am ehesten davon abhalten, diesen Film nochmal zu gucken, ist dieser unheimlich disharmonische Soundtrack. Ich kann verstehen, wenn man das toll findet. Und ich kann auch die Intention verstehen. Deswegen ist es für mich schwerlich, ein allgemeiner Kritikpunkt. Ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich fand es teilweise echt anstrengend, dem zuzuhören. Ich will überhaupt nicht davon ablenken, dass es sich hier nicht auf jeden Fall um einen toll gemachten Film handelt. Die Bilder sind teilweise wirklich, wirklich schön. Die Location von dieser Farm irgendwo auf dem Land von Montana und so weiter. Die Berge, die eingefangen werden. Die Natur an sich spielt eine gewisse Rolle in diesem Film auch. Das ist toll gemacht. Das ist toll eingefangen. Es wirkt sehr gritty, sehr realistisch. Wenn die Leute sich im Matsch, irgendwie in den Matsch fallen oder so, dann spürst du das richtig atmosphärisch toll gemacht. Ein Film, der in meinen Augen in vielen verschiedenen Bereichen wirklich Top-Leistungen abliefert. Der mich aber nicht zu 100% so erreicht hat, dass ich ihm jetzt nur Top-Wertungen geben kann. Also ich würde ihm persönlich gefühlt 7,5 von 10 Punkten geben. Das ist eine gute Wertung. Das ist für mich auf jeden Fall einer der interessantesten Filme des Jahres, weil er unheimlich viel Diskussionsstoff beinhaltet. Tolle Performances. Aber er bietet eben auch eine Story, die man sich zum einen sehr stark selbst zusammenreimen muss. Er bietet einem Figuren, die sehr, sehr, sehr schwer nahbar sind, einen sehr unangenehmen Soundtrack, der unangenehm sein soll, aber dennoch unangenehm ist. Und die gesamte Geschichte ist sehr, sehr, sehr tragisch. Aber nicht auf eine, ich weine jetzt mit den Figuren, kathartische Art, sag ich mal, sondern auf eine unangenehme Art, wie wenn man sich zum Beispiel bei einem, ich sag jetzt mal, Family Dinner hinsetzt, mit Leuten, die man vielleicht nicht so mag. Das ist jetzt nicht persönlich bei mir. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Deswegen ist das nicht das Problem. Aber dieses typische, klischeehafte Bild der Familie an Thanksgiving, sag ich mal, die sich zusammensetzt, aber die alle nicht miteinander klarkommen, die aber nicht darüber reden, sondern wo die ganze Zeit dicke Luft herrscht, im wahrsten Sinne des Wortes. So würde ich es auch beschreiben. In diesem Film herrscht die ganze Zeit dicke Luft. Es ist sehr unangenehm, sich das anzuschauen. Top gespielt, top inszeniert auf jeden Fall, aber ein Film, für den man in der Stimmung sein muss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, like, subscribe, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und sagt mir bitte, bitte, bitte in den Comments, wie ihr The Power of the Dog, ja, wie euch das gefallen hat. Würde mich sehr interessieren, weil es ein sehr interessanter Film ist. Dann wünsche ich euch einen guten Start in die Weihnachtszeit und sage Ade.